ich verweigere heute die ansage okay ja hallo meine lieben freunde der sinnfreien spiel ansage und wir kommen zurück zu let's play ww mit drei kühen die gerade fünf minuten lang versucht auf kisten zu klettern manu hat nicht aufgegeben dass er und auf den berg gestellt ja wir haben uns in der zwischenzeit mal aus denen aus den saftigen grünen weiten von mulgur dieses scheiß land herausgekämpft und sind schon mal im nördlichen brachland angekommen wir müssen irgendwelche quest erledigen schlag vor wir bleiben bis was man ist jetzt für welche welche ich bin die ebenen schreit der fest machen wir sie kalt es gibt gut loot und müssen wir ewig dran machen du meinst du mit gebläder ja wollte sagen du meinst du mit gut loot dass du sie köchern kannst ja sag ich ja ist ja gut für mich aber glaube ich trotzdem richtung süden machen dort gibt es ja auch noch ganz viele ebenen schreit das zumindest laut karte und da unten müssen wir sowieso dann das andere quest erledigen blümchen da ist eine blume das ist noch was süden gehen oh blume lass uns noch in ordnen gehen ja man so schnell kann es gehen so jetzt kommen wir von mir aus Richtung süden blümchen geht schon mal gut los aber hier oben ist noch ein ebenen schreiter ich habe uns zu einem ebenen schreiter geführt und der hat bestimmt unseren ersten schnapp das ist alles weil er in der nähe eine erdwurzel grast als die sind radioaktiv erstrahlt dass er drei schnebeln hat was habe ich gesagt ich hätte moonfire früher einsetzen sollen da hinten so einer das ist ein 90er andead mage tötet ihn ich sauer nicht glute wo willst du hin da gibt keine blumen super moonfire ja so und jetzt kann aber die andere schon gehen und nicht mehr essen kann das so ja du bist nur eine kuh ja boh ja grad mal auf manu welchen satz hat na ich wollte gerade sagen das wäre jetzt noch ein ding gewesen wenn wir alle drei noch die gleichen hörner hätten ich bin anders als die anderen das war das weiß ich ich glaube ich brauche mehr trefferwertung es gibt keine na ne das war Waffenkunde das war Waffenkunde oh oh Formel Verzauberung 1 ups Bedarf geklickt hab's trotzdem gekriegt die Rolle hat dir nicht besonders weit gebracht ich wirklich ein Ebenen schreit Haare ein Ebenen schreit Haare ha oh ups Mark du hast ja so'n Vogel am Arsch du hast einen Vogel ach hab dich lieb wir nehmen uns in ein Zimmer was ist das kochkunst hat einer von uns kochen gelernt nein doch wie war ja klar das österreichische Kriegsbataillon lernt natürlich als erstes sinnfreies kochen nirgendwo ich hoffe es hat ich habe ich habe ich bin ich bin gut Leder für mich gibt gute Rüstung für euch ja wir haben den komischen andet Mensch ein Schnäppchen, Schnäppchen schlagen, wie heißt die Bersche? Schnäppchen, doch Schnäppchen aber ich muss sagen er looted, das gefällt mir wir sind heute mal ganz sozial dir gegenüber eingestellt ja finde ich ganz nett von euch ja kennt ihr öfter mal muss nur auf das hin und herlaufen, wir looten in der Regel alles. Fast alles. Was hast du denn hier? Objekt ist beschädigt? Hallo? Ich helft dich. Heftig. Ich hatte es gerade in der Hand. Ach, du hast gerade deinen Griffeln. Meine Pfote. Hier, da tun uns nur ein Orkschamana alle Gegner wegklauen. Mano greift den Gegner an. Ja, der sichert die. Das ist absolut. Das ist ein Zebra. Ja. Wir wollen nicht verklagt werden. Nein, das ist ein Zebra. Ich kriege ihn, 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 ja, bing! Also ich frage mich, ehrlich gesagt, gerade irgendwie wie ein Tauber auf dem Zebrau aussieht. Äh, Dings, äh, Blutelfen, äh, Schreiter. Hm, wo du es gerade sagst, hab ich vielleicht so ein Vieh? Ich hab folge Viehchen. Hast du ein, ein, äh, Kriegsteilburg? Ich hab so, was? Ich hab so scheiß hier, ich hab ein Spektralwolf. Äh, ein Mandelt. Boah. Ich stelle Wind, Leute. Witter, Rubin Panther, ich hab so scheiß viel Zeug. Uh, Leder. Leder, 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 Leder. Äh, irgendwas auch hier verkehrt. Ah, ne, weil ich noch nicht fliegen kann, werden alle angezeigt, die es gibt, oder? Ne. Ja. Doch, gell. Falls du noch keine benutzen kannst, kannst du, siehst du alle. Ich kann mal gucken. Ah, einer fehlt. Der zeitverlorene Protodrache. Ist nicht hier aufgelistet. Weil man den vielleicht nicht mehr kriegen kann? Was? Keine Ahnung. Haben sie einfach mal geraten. Sie haben es aber wohl jetzt rausgepatcht. Dann ist mein Leben Sinn auf den hohen Levels dahin. Du hast den doch sowieso für jeden Charakter jetzt. Ja schon, aber ich hab mir nie bekommen. Ach, was? Nein, wir hatten ihn nie bekommen. Wir haben ihn nie bekommen. Wir haben ihn nur dreimal gesehen. Der zeitverlorene Protodrache, der in den Sturmgipfeln seine Runden dreht, Marc. Ach, ich dachte, du meintest den Dings, den Bronzen, den er da in den Stratoren kriegt. Den du in den hergeschmissen bekommst. Ja. Und dann. Wo, wie? Achso. Ja, ich bin drüber gegangen, da war nix. Ah, ja, siehs mir nach. Kann auch gut möglich sein, dass der einfach nicht aufgelistet ist, weil er halt als episches Reiztier hier aufgeführt wird. Und dass dann halt nur so ein innerer Zirkel den er kennenlernt. Ich sag, ich wäre, ich hier in einem Pressplay spreche. Ich wäre dafür, dass wir ein paar Schweinemenschen töten. Ich wäre dafür, dass wir das Vieh hier töten, was hier gerade um mich rumläuft. Ich wäre für Mann-Bär-Schwein. Äh, der Schweine-Bär-Mann. Halb Mann, halb Bär, halb Schwein. Ja, ja. Ne? Wie geht das? Ganz einfach. Ich bin Al Gore. Geht's halt. Danke. Geht's halt. Ich war mal Vizepräsident. Du weißt? Ich war mal Vizepräsident. Du weißt dich. Die saß beim Folgen kam gestern. Ah, okay. Tobi, du weißt doch. So, 7. Das? Tobi, du weißt doch, wie man sagt, dass Männer Schweine sind. Da hast du deine Lösung. Mhm. Aber ich glaube, der eben Entschreiter, den ich gerade noch gelootet habe, der war game-manipuliert. Der hatte zwei Satz-Schnäbel dabei. Oh. Ja, das war der vom anderen dabei. Aha. Du hast ja jetzt Mutti-Looting. Da rett was. Da rett was mit dem Quest. Ich mach'n platt. Ne, machst du nicht. Doch, mach' ich. Ich hab's angenommen. Upsala. Okay. Was? Wir sollen Wölfe befreien? Sag' mal, wieviel Kochkunstrezepte gibt es hier? Na doch. Es ist immer dasselbe. So, ich befreie mal so'n Satz Wölfe hier so, ne? Ganzes Set Wölfe. Ganzes Set. So. Hallo. Du musst eigentlich mal gewesen sein. 1, 2, 3, ganz viele. Jaul. Dann machen wir mal alles platt, was hier sonst noch so rumrennt. Was ist das? Da steht einer. Ein P. Ah, ich finde die so knopfig. Arbeit, Arbeit. Genau. Arbeit, Arbeit. So. Wo müssen wir geschehen für die andere Quest? Ach, darunter. Ah, ja. Gut, machen wir erstmal die. Was muss man mit deinem Wert? Ja, ja. Hier gibt's ja noch weitere, ne? So. Ja, ja, viele. Genau. Tu mal in den Pandarenplätten, der... Glaubens. Hm. Alle Gegner. Ja, lass ihn was pullen und machen well mit ihm. Der Wack davon auch. Tötet sie! Ich muss gehen. Ja, Jack. Freist Jack. Hab ich nicht mehr. Brrr, Moonfire. So, looten. Ist doch typisch. Sag mal, wie weit reicht eigentlich das Server... Serverübergreifende? Drück mal Knäppchen. Danke. Ich greif so ein Neger, äh, Jäger an. Manu kam für den entscheidenden Schlag. Das lädt immer noch auf. Bitte. Blümchen! Oh. Blümchen! Nun aufs, die Flute. Ja, ja. Ja. Oh, cool. Gott. So. Da vergessen wir, dass mal das Tank absolut null Schaden macht. Tja. Als Krieger-Tank machst du für 60 mehr Schaden als jeder, die die Speck vom Krieger. Na ja. Naja. Hier halt. Paladin stirbst du einfach nur nicht. Ne, du vergisst zu sterben. Vielleicht in der Verbindung mit den ganzen Schlägen, die man gegen den Kopf kriegt. Hm. Das ist zu weit entfernt. Den und den anderen Pull ist auch gerade bevor er... Ha! Ich hab'n vor dir gekriegt, du scheiß Typ. Warum du bist, stirbt und bleibt tot. Hm. Jam, jam, da ist noch einer. Den haut hier schon drauf. Da fehlen sie noch zwei. Okay, komm, du einer. Hallo? Ja, wir sind noch da. Ja, ne, ich such' viel mehr so'n Gegner-Typen. Ja, wir sind noch da. Was? Hä? Da hinten ist einer. Oh! Ah, hier ist er gespawnt. Drecksack. Kann ich. Ich wär' das geil, du wiffst ein Bierfass nach ihm und der hat Akku auf dich. Okay, ich wär' auch zu spürs auf dich, wenn du's wagen würdest, Bier vor meinen Augen zu vergibben. Ah ja. Guck mal, nein, nicht der schöne Alkohol! Wir brauchen sie zwar nicht mehr, aber... Aber... Erfahrung kann jeder gebrauchen. Auf die Backen! So, dann gehen wir erst mal... Das... Das... Das Quest bei... Knecht Robrich hier vorne ab. Da is' er! What's up? Es dort nein. Jane! Ich beschäft' dich! Nicht in Ruhe lassen! Ich hab' doch gar keine... Ähm... Okay, ich werd' auch weiterhin keine Stiefel haben. Jep! Blümchen direkt vor mir! Mein Blümchen! So! Jetzt haben wir da oben... Endlich mal scheiße verzau... Entzaubern! Yay! Oh Gott! Braucht ihr was verzaubert? Nein! Ein kleines... Kleines Leben auf die Armstielen! Hilf' raus! Skill-Punkte! Kommt mir her, jetzt mal! Oh, Stiefel! Manro ist unser Stiefelknecht! Die sind aber schwächer als die, die ich hab! Ja, okay, dann hast du schon Stiefel! Marc hat ja noch keine Stiefel! Hm... Ne, die hab' ich... Ich hab' gerade bei dem Quest da welche bekommen, ne? Ja, ich hab' die halt nicht genommen, weil der Intelligenz drauf ist! Das brauch' ich nicht! Ich hebe mich von euch ab! Ich habe einen anderen Umhang! Hä? Achso! So! Tötet! Ja! Hier, tötet! Und... Bibi! Jetzt halt! Okay! Geh'n! Geh'n! Stil! Paha! Ich kann wiederbelebern! Muss auch schon noch! Geh'n! Und ich kann Pfleger anwenden! Äh... Ich hab' auch mal in meine... Äh... Ne, das hab' ich ja! Das mein' ich nicht! Wer' gedacht! Hmhm, hmhm, hmhm! Hmhm, hmhm! Hmhm, hmhm! Hmhm, hmhm! Hmhm, hmhm! Hmhm, hmhm! Hmhm, okay! Gott kapat! Geh'n! Ich laufe! So! Jetzt heil' ich einfach mal! Nur aus Spaß, weil ich's kann! Ich bin der High Lear! Was hast du in deinem Namen? Ich bin auch! Ja, das hier! Gott mit Bier fesseln schmeißen, ja! Agro! Hmhm, irgendwas Grundstil! Ich glaub' mein Hund will irgendwas von mir! In meinem Fall! Nur dein Geld! Ja! Ich befürchte es! Blümchen! 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 Und ich komme! Blümchen! So! Den hat's zersägt! Den hat's zersägt! Ja! Hier scheint's mehrere zersägt zu haben! Wingen so viele dort rum! Was war das? So eine Kiste! Reicht das, wenn einer die sammelt? Dann müssen alle die sammeln! Nee! Alle müssen sie! Ich kann das jetzt nicht! Ach! Gibt's denn nicht! Da drüben ist einer! Mach die kalt! So! Jetzt sammle ich meine Kiste ein! Ich muss mir echt 15 Kisten in diesem Scheißloch hier suchen! Geh, sterbi! Äh, sterben! Ich pull nochmal! Du packst das mal! Du packst das mal! Naja, dann nicht! Ach ja! Und wieder eine Kiste weniger! Ich glaube ich habe jetzt zum siebten mal i gedrückt untereinander! Ja! Diese Scheißangewohnheit! Wir sollten vielleicht sagen, dass die, äh, die Tastenbelegung für so grundlegend Ding wie Inventory und so noch äh, gleich halten sollten in ihren Spielen! Beischaltung! Ich fühl's gut! Ihr beide rennt doch höher zu der Kiste! Ich bleib hier! Ja! Sehr sinnfrei! Irgendwann hat nicht gelootet! Irgendwann, äh, Manu! Attacke! Wir hätten auch da oben nochmal reinspringen können! Da sind nämlich auch noch Kisten! Können wir machen! Attacke! Ich kann euch alle heilen! Ich bin der Heiler! Ne, da kamen gerade die Pets angerannt! So ab ins Loch, oder? Ne, 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 ne! Ab ins Loch und Gegner töten! Oder erst, alles so! Okay, ich schießen ihn erst und stellen dann die Fragen! Da! Da? Da hinten geht auch nochmal rein! Küste! Feenfeuer! Nein, 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 nein! Stirb! Drei! Ha! Ja! So, jetzt müssen wir nur noch die Vorratskisten raffen für jedermann! Manu hat soeben seine erste aufgehoben! Nein! Ich hab noch gar keine! Ja, ich sag doch, du hast gerade deine erste! Nein! Das war ich gerade! Oh! Ich bin verwirrt! Äh, komm, wir geh mal hier rein! Hier gibt es noch irgendwas, glaube ich! Verkehrt! Ich wirklich! Okay! Okay! Dann war es geistig-moralische Einbildung! So! Ich hab nicht mehr hier die Kiste noch! Und dann hat Manu von nun an alle Kisten für sich! Ich muss zuerst etwas anvisieren! Sofern wir sie von der ganzen Sippschaft, äh, de Dingsen können, verteidigen können, die hier sonst auch so rumrennt! Ja, ja, die Suppe! So, dann ist das schon die erste Kiste für den Manu! Und das Team rennt auf die Insel zu! Haut dem Dornenwirker der Klingenmähenen tierisch eins auf die Fresse! Und der Manu ist level up! Wer hätte das gedacht, meine Damen und Herren! Das ist fanatisch! Und jetzt rennt er auch noch zur Kiste! Und der hat die Kiste gelotet! Jubel! Juhu! Oh, so wie die zweite! Entschuldigung, ich weiß gerade nicht, was mit mir los war! Juhu! Das war gerade die zweite! Ja, macht ja nix! Kannst du wieder nix für! Hast du zwei mehr als vorhin! Richtig! Ja, okay, das ist mein Moment! Mal schauen, sind da oben noch Kisten! Juhu! Wir werden es gleich wissen! Deine Kiste möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden! Manu! Ich verteidige die Kiste mit meinem Leben! Ja! Er hat zwar nicht gecheckt, jetzt hat er es gecheckt, aber das ist egal! So, das ist Kiste Nummer 3! Gleich war er fertig gewesen! Juhu! Wir können auch nochmal da hinten wieder ins Loch einspringen! Brauchen wir glaube ich nicht! Warte! Oder doch! Oder nein! Oder doch! Wir sind schon runter! Jaja, ich komme auch! Diese Kiste bei mich! Hau mal ohne die Kiste! Ah ne, hat er schon! Habt ihr schon hinter euch! Oh, ein, der ist auch gut für mich! Eine fehlt noch! Ja, hier! Komm zu mich! Da ist eine! Ab schon! Na, du Drecksack! Mein letzter Angriff ist die Sau noch ausgewiesen! Da hab alle! Gut! Da kommen wir ja wieder raus! Aus dem TÜV hier! Ich hab grad rausgefunden, warum das der Schamanen in Level 12 reinigen bekommt! So, deswegen hat er es mein Trick schon! Ja, aber schließlich! Was hätt's denn sonst für einen Sinn? Alchemy Level 90! Ich glaub so! Ah, bliebchen! Na, schau's auf! Ach, ja! 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 Das wird wieder Tobi! Hä? Das wird wieder Tobi! Ja, ja! Ich glaub's auch! Ich werd schon ganz wuschig! Ich fang schon an zu schnurren! Okay! Doch, ganz witz! Ne, brrrr! Ach! Oder ich probier's mal! Mit Gemütlichkeit! Mit Ruhe und Gemütlichkeit! Ja! Der gehörnte Bär! Ich hab gehör... Ich hab gehör... Ich hab gehör... ... zum gestiefelten Kater! Ja, genau! Warte, Moment! Ich hab nur die Stiefel dahin vergessen! Der gehörnte Kater! Der gehörnte Kater! Der gehörnte Kater! Oh, du gehörnter! Hmhm! Mö! Der gehörnte Kater! Der gehörnte Kater! Der gehörnte Kater! Iiiiih! Guck mal hier! Da ist noch mehr... ... Intelligenz drauf! Oh, ich hab ne neue Hälse! Bitte! Bitte! Danke! So, und was gibt's hier? Die Halt hat nichts! Auf zur Karawane! Mal in die Quest! Aber... Wann? Ich hab grad noch... Gezählt! Gezählt! Danke! Ja, und was jetzt? Ja, jetzt müssen wir hier die... Genau! Achso! Vielleicht ist es, wenn einer die einspricht? Ja! Auf! Äh? Äh... Shit! Tschüss! Na! Falsch! 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 So! Du entkommst uns nicht! Mal gucken! Hab ich's geschafft! Feier frei, Banu! Ah, ich bin der beste Schaffnizzerber! Ach, du bist einfach nur ein Rie... Du bist einfach nur ein Rie... Du bist einfach nur ein Rie... 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 Nee, das ist Single-Shot! Das ist keine Streumunition! Weil ich treffe ja immer nur einen Gegner, wie du siehst! Weißt du, das ist das gleiche Prinzip, wie wenn ein Jäger auf dem Hochstand hockt! Der sieht den Kuckuck ja auch nicht! Deshalb nimmt er immer ein Gewehr mit möglichst breiter Streuung! Damit er nebenbei auch noch einen Hirsch und eine Kuh und einen Elefanten ganz weit weg erwischt! Mh... Weil der muss ja immer aufpassen, der Jägersmann, ne? Der Kuckuck, der könnte ja die kleinen Reekizze beim Schlafen stören! Ja eben, das geht ja nicht! Beim Specht ist das Ganze schon einfacher! Den sieht man, wenn der auf dem Baum rumhackt! Aber das ist ja auch wieder Lärmbelässigung! Deshalb muss er den auf möglichst elegante Art und Weise mit dem größtmöglichen Kaliber abknallen! Und das ist dann immer so ein farbenfrohes Bild, wenn die ganzen bunten Federn langsam zu Boden segeln! So, hat das für euch gewirkt? Äh... Nein! Dampfe ich, Peter! Ich mach's weg! Aha! Robert, lass mich auf dir reiten! Nein! Bleib weg! Ich bin auch kein Hirsch! Bleib stehen, du Sau! Nein! Bleib mir fern! Aha! Das war mal eine sinnfreie Aktion jetzt von uns! Manu, wieso sind wir dir hinterher gerannt? I don't know! Kannst du dich noch an die Poppen & Wargen erinnern? Aha! Ja! Aha! Die Poppen & Wargen! Ja! Den Screenshot hab ich aber nicht mehr, sonst hätt ich ihn jetzt mal demonstrativ gepostet! Ins Video reingeschnitten! Ja! Wir haben den vielleicht noch auf der alten Gilde-Seite, falls die noch existiert! Haben wir sie noch! Kann sein, dass die noch existiert! Aaaaaaaaaaaaah! So! Wäre interessant! Wäre interessant! Das würde ich als Video reinschneiden! Also, sollten wir dieses ominöse Bild noch haben, dann wird es ca. jetzt irgendwo hier bei YouTube eingeblendet! Nein! Jetzt! Gute doch 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 jetzt! Gute! 90% aller Fälle sitzt meine Icefighter. Sind aber ein paar 3% abgerutscht. Man kann nicht alles perfekt machen. Ach der Händler ist doof, der kauft mir zweimal das selbe Rezept an. Was ein Trottel. Ja hab ich mir auch gedacht. So komm, sind wir fertig. Spreng runter. Du Sau. Ich hab's beendet. Oh mein... Mein Kind ruft nach mir. Ich muss mal ganz kurz zu meinem Kind. Kurz AFK. Okay. So ich hab's auch gleich geschafft. Das ist echt. Ja. Wäre das, wenn man bei Deck etwas versagen würde. Sehr schwer. Ich frag mich ehrlich gesagt, ob sich's überhaupt ausgeben würde, wenn ich nichts tue, dass ich überlebe. Ja ist die Frage. Dadurch, dass er halt die ganze Zeit immer wieder neue Fälle dazu spawnen, wird es dann im Endeffekt dann doch recht viel. Warum rennt dir der Tobi hinterher? Warum nicht? Er ist AFK. Ich weiß. Ich drehe mal die Kamera. Du bist das Kamera-Kind wie bei 1, 2 oder 3. So ungefähr, ja. Yay! Zwei Sachen, die Intelligenz haben. Ich hab mir auch gedacht. Nehmen wir das Teuerste und ein Zauberer setzt. Da bin ich wieder. Ja genau das. So, wo rennt ihr mit mir hin? Ja. Wir warten mit dir hier auf dir. Warten mit mich? So. Knarre abgeben. Der gibt mir zwei Intelligenz dazu. Neh mir stehen! Ich bin zwar eigentlich heillehr, aber... sehr egal. Dann kannst du die Quest annehmen. Was kann ich für euch tun? Annehmen! Da müssen ist der Oranger Batzin. Der Oranger Batzin ist die Quest annehmen. Ich dachte, der orange Batz möchte vielleicht vier Leinenstoff haben. Eventuell möchte er das haben. Ja, dachte ich nicht. Deswegen fragte ich ihn hier. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Leinenstoff für dich. Ganze vier. Danke. Nein, fick dich. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Geh weg. Vor allem mit der Countdown und so weiter. Naja. Spinner. Weiß. Haust du ihm eine drauf? Ja, ich habe auf Marco... Ah, Anu... Ah, Anu. Ich habe auf Anu Marco gezogen. Verdammt, ich wollte gerade Marc heilen, aber das geht nicht. Marc, das gibt nichts. Ich weiß, das weiß ich auch. So, bleibt mal stehen. So. Handeln. So, aber meine lieben Freunde, die Uhrzeit verrät mir, dass schon wieder die Zeit rum ist. Schon wieder? Ja, guck mal, da ist ein großer Berg. Auf den stellen wir uns jetzt. Was? Da. So, da. Ach so, da. Juhu, Gebirge. Wuhu. Kinder, Alter. Ende mit dir, der Manu kriegt wieder kein Hoch. Da kommt nicht hoch. Ja und lass uns das meine Probleme sein und nicht deine. Dafür gibt's mir die Verwände. Ich glaub, da kommen wir noch gar nicht hoch. Nehme halt die Rückseite. Auch hoch genug. Ja, nein, lass uns stehen, wir nehmen die Rückseite. Oh, ich steh mal raus. Oh, der Mark fängt schon an. Da ist ein Baum im Weg. So. Komm, Mark. So, es wird wieder ein vorsinnflutlicher... Was ist das denn hier? Ich wollte nur... Also, ich bin gar nicht in meinem Shit drin. So, jetzt. Ich wollte noch einen vorsinnflutlichen Victory Dance veranstalten. Während der Mark gekonnt gegen die Wand rennt. Eisslag. Also dann, tanzend und jubelnd verabschieden sich für heute mal wieder der Rest von den Verbliebenen. Wir müssen unbedingt einen anderen Namen mal finden. Das ist ja furchtbar. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.